Ah, cool! Ah, er hat gewartet bis wir hier sind. Nein, ich laufe zu Leuten. Dab sie an und dann gucken wir mal wie sie reagieren. Willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Heute gibt es ein Video über die Dab-Mod. Yo, ist ziemlich geil. Die ist jetzt auch wieder enabled worden und ja, ich mache es jetzt einfach so. Ich laufe zu Leuten. Dab sie an und dann gucken wir mal wie sie reagieren. Ja, das machen wir. Und dann dab ich alle an und schaue, wie sie reagiert. Vielleicht dabben sie auch schön zurück. Man kann nämlich jetzt endlich, dadurch, dass Labymod das öffentlich gemacht hat, dass es eine offizielle Labymod-Mod ist und man sie endlich per Launcher oder auch Erweiterungstab in-game installieren kann. Vielleicht kann man ja jetzt auch Leute in-game treffen, die dabben bzw. die überhaupt cool genug sind, um halt zurückzudabben. Und jetzt dabben wir mal. Ich weiß nicht, hat er auch? Komm. Ne, er hat nicht. Er hat sie nicht. Leute, er hätte zurückgedabbt. Übrigens, mein Handy hat gerade geklingelt. Ziemlich cool. Yo. Und wir haben gerade gebutterflied. Übrigens, es gibt vielleicht eine Butterfly-Handcam. Das ist klar. Und ja, da muss ich einfach mal ein paar Likes da lassen und ein Abo und eine Glocke. Die könnt ihr auch da lassen. Und ja, das ist ziemlich korrekt. Alter, what? Er hat einfach ein Schwert dabei. Yo, chill mal, Bruder, chill mal. Auf jeden Fall, das Pack hier ist in der Videobeschreibung verlinkt, wie immer. Ihr kennt ihn, ihr kennt ihn, man kennt ihn. Und ja, wie ihr die Dabmod installiert, geht auf Labymod-Einstellungen, dann Addons bzw. Erweiterungen und dann geht ihr auf die Dabmod und installiert sie. Und so macht man das und das ist gar nicht so schwierig, wie es sich anhört. Es ist wirklich verdammt einfach und kostet nix. Es ist easy und ja, es ist ziemlich cool. Feiert man auf jeden Fall. Und das war echt schlau von mir gespielt. Jetzt zu, es halten wir uns mal ganz schnell. Danke nochmal für die 12.000 Abonnenten übrigens. Es ist eine heftige Zahl. Ich bin da sehr dankbar für, auch wenn man es mir nicht ansieht bzw. nicht anhört, nicht raushört, dass ich da dankbar für bin. Ihr kennt mich, Leute. Ich betone eben mal so, wie ich möchte und nicht gestellt. Ja, auf jeden Fall gefällt mir der mir von dem Pack auch sehr. Da muss ich mir echt nochmal Lob an Lukas aussprechen. Lukas mit Q und Z. V3 heißt das Pack. Das ist ein sehr schönes Pack. Aber bevor wir hier spielen, ja, wir dabben. Komm, wir dabben. Ja, hat er die Dabmod? Ne, hat sie nicht. Korrekter Typ. Ah, er ist runtergefallen. Lädt. Ah, cool. Ah, er hat gewartet, bis wir hier sind. Nein. Jo, alles klar, was geht mit ihm? Hä? Ach, hä? What? Leute, ich bin absolut heftig verwirrt und wir schauen jetzt auf jeden Fall, Grüße übrigens, gehen raus an den lieben Alphastein, der ist in meinen F.L. Ist gerade aufgenommen gegangen. Och, Manu, wo ist denn meine Aufnahme dabei gewesen? Egal. Jo, Grüße und ein Herz an ihn. Bitte alle in die Kommentare. Aber Herzen für den Hashtag Stein Family Anhänger Alphastein schreiben. Auf jeden Fall auch Grüße an God Calls Me Blaze. Und ja, weiter geht's mit dem Video-Inhalt, in Anführungszeichen Inhalt, ne, weil ich auch so viel Inhalt biete. Jo, auf jeden Fall bin ich da sehr dankbar. Ja, und dass die Mod auch hinzugefügt wurde bei Levy Mod, feiere ich extremst. Ist schon eine coole Sache. Ich habe da Yakulo drauf angeschrieben. Ja, und ich weiß nicht, ob ich das war, der das geändert hat. War aber ganz geil. Und ja, ich denke mal auch, dass unser Video dann ein Stück weit Influenzt hat. Und, äh, also, hinzugefügt. Äh, ah, nicht hinzugefügt. Beeinflusst hat, nicht Influenzt. Und, ähm, ja, das feiere ich. Und das war ziemlich gut. Äh, mein Move. Krasser Move. Äh, äh, lol. Ist er runtergebackt worden? Das war übel gerade. Okay, ich hätte es gerne mal gesehen, aber, ja, ist jetzt auch zu spät. Auf jeden Fall gehen wir runter und däben und töten ihn halt mit dem Dab. Mit dem Dab töten wir ihn. Das ist doch... Oh, Mann, okay. Wir sind aber auch tot. Vor allem tot geworden. Jo, wahrscheinlich sagt man tot geworden. Naja, Leute, gleich haben wir den Typen. Gleich haben wir ihn soweit. Gleich haben wir ihn soweit. Gleich haben wir ihn soweit. Und dann ist er ein schönes Bett weg. Und dann ist er tot. Und dann kann er nicht mehr hier, äh, sich respektlos hier verhalten. Und mir nicht zurückdäben. Gut, okay, er ist tot. Ich wollte eigentlich sterben. Habe aber auch für so ein R5 gedrückt. Auch nice. Und, ähm, jetzt... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Dab. Dab. Hallo. Dab. Dab. Hallo. Verklickt. 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 Hallo. Guck. Hallo. Hallo. Dab. Bitte. Bitte, Dab. Er hat sie nicht. Er hat nicht die Dab-Mod. Wow. Und du sollst Anzeichen-Fan sein. Glaube ich dir nicht. Glaube ich dir nicht. Ganz ehrlich. Scheiße. Scheiße ist das von dir. Sehe ich nicht an. Jo, Digga. Das ist nicht nett von dir. Leute. An alle, die nicht die Dab-Mod haben. Holt sie euch. Hier. Option. Label-Mod-Einstellung. Erweiterungen. Und dann auf die Dab-Mod. Und so ist es. So geht der Hase. Und ihr müsst euch da nicht wundern, wenn ich euch dann irgendwie ausstoße aus irgendwelchen Spielen oder Gruppen. Oder was auch immer. Okay, mein Bett war weg. Ja, das war auch das ganze Video. Ich habe auch nicht sehr viel Zeit. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ja, dann lasst natürlich ein Like. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.